Das Beste an meinem Team ist, dass man mit Pädagogen zusammenarbeitet, also zumindest mit meinem Team, die sehr verständnisvoll sind für einen. Wir gehen sehr wertschätzend miteinander um. Das finde ich sehr wichtig, dass wir halt einfach fehlerfreundlich miteinander auch sind. Also wir sind auf jeden Fall eine vollstationäre Wohngruppe. Wir betreuen acht Jugendliche, haben noch einen Notplatz. Am meisten Spaß macht mir die Arbeit mit den Kids. Also einfach, wenn man gemeinsam lacht, aber auch wenn man das Gefühl hat, man hat irgendwie ein wichtiges Gespräch geführt und man hat das Gefühl, es ist was bei hängen geblieben. Ja, was so was besonders ist, ist, dass wir ein sehr großes Gelände haben, einen sehr großen Garten- und Außenbereich. Du kommst meistens um 12 Uhr in den Dienst, Dokumentation lesen, E-Mails, halt mit diesen administrativen Sachen und dann kommen die Kinder und Jugendlichen nach und nach von der Schule, planen dann auch öfter mal eben Ausflüge oder Aktivitäten, je nachdem. Unterhält man sich, wie sieht es aus? Wie war dein Tag? Was steht bei dir an? Also sehr flexibel, sage ich mal so. Also es ist auch das, was ich eigentlich so mag an der Arbeit. Und natürlich, was auch dazu gehört im Alltag, Probleme, die auftreten, die die Jugendlichen mit sich bringen. Liebeskummer, Schulprobleme, alles Mögliche, halt ganz normal. Ja, ich glaube, man kommt in ein cooles Team, wo man herzlich aufgenommen wird. Und man kann seinen Hund mitbringen. Ich finde, man muss auf jeden Fall auch selbst organisiert sein und in der Lage sein, seinen Arbeitsalltag selbst eigenständig zu strukturieren. Also ich glaube, wir sind da dankbar für jeden, der auch anders ist als wir vielleicht, weil er uns nochmal eine Perspektive mehr gibt. Ja, ich finde, E-Film ist schon ein sehr mitarbeiterfreundlicher Arbeitgeber auch. Man vernetzt sich und arbeitet zusammen. Das finde ich, also das liebe ich bei E-Film. Ja, es ist so ein bisschen wie zu Hause auch, sage ich mal, oder wie so ein zweites Zuhause. Also man hat im Bestfall eine schöne und gute Beziehung zu den Kids und kann dementsprechend halt auch so arbeiten, also familienähnlich arbeiten und dementsprechend sich auch so wohlfühlen, wenn man hier ist. Wenn du denkst, es könnte der richtige Job für dich sein, dann bewirb dich gerne bei uns. Bis zum nächsten Mal.